Kawahima Games Schlock Entertainment Präsentieren Slender Bear Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon eine kleine Gänsehaut Und es hat noch gar nicht mehr wirklich angefangen Naja, einige werden sicher sagen, es ist etwas ausgelutscht Aber ich werde es trotzdem mal spielen Apropos spielen, dann drücken wir doch mal gleich auf Play Und hoffen wir mal, dass es anfängt Ja, ist das ein kleiner Vorspann? Anscheinend Huch, was ist das? Oh, da war er Und der schöne Ladebildschirm Oha, da sehen wir eine kleine Stadt Ist das Arkham City, gleich kommt Batman Nein Und, oh, ist er weggelaufen So, und ich hoffe, es geht mal gleich weiter Ach, da sind wir gelandet Und Ui, schöne Stadt With the Moon Okay, dann Ich weiß ja, ich habe das ja schon mal gespielt Also, ich gehe hier nicht unwissend rein Und ich weiß schon etwas, wo die Thronen liegen Sieht alles nach Minecraft aus Ist es aber nicht wirklich Es ist halt Slender Bear Und Okay, nur ein Vogel Oh Gott Scheiße, hinten stand er ja schon Oh Okay Dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht Eine Trostchen Da Da ist er ja Okay Okay Das wäre es gewesen, wenn er schon wieder hier gestanden hätte Okay Das wäre schrecklich gewesen Nicht wahr, die Kuh Muu Mu Sagt die Kuh Nein, ich muss das ja aber etwas Okay, ich werde versuchen es etwas Angespannter zu spielen Wir wissen ja nie, wann der Slenderbeer um die Ecke kommt. Und ich würde sagen, diese Kirche hier ist doch ein perfekter Ort, um da irgendwas dran zu machen. Na, hier hoch? Ja okay, ihr seht, ich weiß schon ein bisschen, wo was ist. Und hier muss doch irgendwo, ach, ach, zweites Buch, Note 2, 2 von Fontaine, kürzen wir etwas ab, hui, 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 gut, eine schöne Statue, muss ich so sagen. Also wir wandeln hier durch die Kirche auf den Marktplatz. Und ich weiß schon, wo das nächste ist. Und zwar hier, in der Erbesserungsanstalt. Huch. Moin. Ja, ich hoffe mal der Slenderbeer. Huch, eine Etage höher. Kommt, äh, nicht so schnell. Das wäre ärgerlich. Dritte Note. Eating Room. Mhm. Okay, gut. Ich dachte schon, das wäre... Okay. Man muss hier wirklich gucken, dass man, äh, keine schwachen Nerven hat. Er könnte jederzeit hier rum... War er da hinten? Okay. Nicht paranoid. Einfach mal ins Kino, da wird schon keiner sein. Toilets Woman. Da, da versteckt er sich, der Spanner. Mhm. Ein schöner Film. Tataaa. Note 4 von 10. So, wo könnte es noch sein? Oh. Scheiße, da war er jetzt aber wirklich. Nee, gar nicht nochmal hingucken. Einfach lauf... Ah, nee, man soll ja nicht laufen. Ja, ich hab schon mal gespielt, aber bin nicht fertig geworden. Warum nur? Warum nur? Mhm. Oh. Oh Gott. Scheiße. Mit dem Glück verschwindet er dann gleich wieder. Dann laufen wir hier mal Ampyr lang. Oh, schön. Slender, ein Slenderfish. Das wäre ja fatal. Nein. Wie war das? Immer schön ernst und angespannt bleiben. Ein Schiff. Nur ein Schiff. Wir müssen jetzt auf dieses rüber... Springen! Oh, ein Glück... Ich weiß nicht, äh, was das für ein Entwickler hier ist. Ach hier. Ja, hier muss doch eine Kiste sein. Ich weiß es. Ich hab das schon mal... Da. Okay, okay, okay. Die Hälfte ist schon geschafft. Nach gerade mal 5 Minuten. Okay, der Slenderbear wird ja am Ende immer so schlimm. So schlimm. Ab in the water. Okay, soweit ich weiß kriegt man hier auch nicht so Fallschaden. Ähm... Okay, ein Versteck weiß ich noch ganz sicher. Ne, ich weiß noch mehrere. Aber ich glaube, da muss man hier in den Brunnen sprengen. So unter Wasser sind ja die liebsten Verstecke immer. Scheiße. Ich hab grad echt Angst nach rechts oder links zu gucken. Da ist er nicht. Ah, da geht die Sonne auf. Oh. Okay. Ich hab hier nichts gesagt. Nichts gesagt. Warte. Um die Ecke! Okay, hier ist er nicht. Oh, Kohle. Ich weiß nur, hier unten... Die müsste irgendwo... ...was sein, wo man hin kann. Okay. Mysteriöse Türen. Und Treppen. Boah, was ich für ein Glück hab. Ey, der ist endlich hier nicht... ...verfolgt oder... ...schon gefunden hat. Ja doch, er hat mich ja schon gesehen, der Slender Bär. Gott. Ey, wer ist so krank und denkt sich den Slender... ...da hinten ist. Hä, den Slender Bären aus. Nein, nicht gucken. Einfach gehen. Gehen, gehen, gehen. Aha. Wasseranlage. Bett. Hier oben. Na. Da. Da. Schon sechs Bücher. Sechs Bücher. Der Slender Bär hat mich noch nicht. Da war er schon wieder. So, jetzt schnell nach oben. Wie kommen wir jetzt am besten nach oben? Hier. Na, noch eine Truhe. Okay. Nichts. Ja, alles hat seine Ordnung. Oh Gott. Jetzt auch noch Regen. Verdammt. Dann geh ich mal einfach... ...hier rein. Tür zu machen. Nicht dass da Slender Bär reinkommt. Hm. Gehen wir mal hier hoch. Gott. Oh Gott. Scheiße. Hörte das? Oh Gott. Der Manager reingucken. Mal sehen. Gut. Wow. Der Manager hat es ja bequem. Sieben Bücher. Wir sind gleich am Ende. Gleich ein. Scheiße. Oh Gott. Alter. Das Slender Bär ist ganz schön. Nichts für, nichts für schwache Nerven. Drei brauche ich noch. Gut. Ah. Sogar aufgehört zu regnen. So wie komme ich jetzt am dümmsten nach oben? Ach. Unten. Einfach mal. Ach. Hier. Ui. Ah. Uh. Ah. Ne. Da ist eh nichts. Wow. Mann. Verdammt. Einfach laufen. Laufen. Da kriegt er mich sicher nicht. Auch wenn man nicht laufen soll. Ah. Da. Oh Gott. Scheiße. Oh. Was war das denn? War wohl ein Glitch. Oder sowas. Hm. Hm. Moin. Ich muss hier mal rein. Uh. Ja. Das hier. Hier kommt schon kein Slender mehr rein. Das ist viel zu nobel für den. Vor allem weil hier keine. TNT? Ich weiß es nicht. Acht. Acht Bücher. Oh Gott. Zwei. Nur noch zwei. Und kein Slender mehr. Gut. Alter. Nein. Der kommt ja immer näher. Kriegt man hier Fallschaden? Nein. Na okay. Wie denn? Oder warum denn auch? Oh Gott. Der kommt immer näher. Verdammt. 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 Ich glaub. Ach. Ein Hotel. Da oben glaub ich war auch noch was. Habt ihr den Slender Bär gesehen? Du? Oh Gott. Sie sind alle versteinert vor Angst. Starre vor Angst. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaub der stand da wieder hoch und ich bin etwas geflogen. So hier oben. Da. Buch Nummer 9. Ahaha. Graf Zahl. Der freut sich sicher auch nicht, wenn da so ein böser Bär auf einmal bei ihm an der Tür klopft. Da ist aus mit seinem. Ahaha. Okay. Das letzte Buch. Oh Gott. Wo geh ich jetzt am besten lang? Der ist ja... Ist nicht mehr weit. Da haben wir ihn grad ja gesehen. Gut. Puh. Hier unten im Wasser ist er auch nicht. Ja. Ich kann euch auch noch nicht zeigen wo ich hin muss glaube ich oder? Ich weiß es auch gar nicht. Wo ist es jetzt? Puh. Verdammt. Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Dann... Weißt du wo er ist? Hm? Ah. Nein. Ja. Ich würd sagen das wars dann. Der Pisser hat mich gekriegt. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Und so. Okay. Soviel dazu. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich jetzt verloren hab. Und ich zeig auch keine Credits oder so. Das ist mir jetzt nämlich zu doof weil ich verloren hab. Ich bin eingeschnappt. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.